Das Wort Mythos steht im Altgriechischen für Wort, Rede und sagenhafte Geschichte. Mythen stellen erdichtete Erzählungen dar, die das Welt- und Selbstverständnis einer bestimmten Kultur zum Ausdruck bringen. Sie behandeln viele verschiedene Themen, wie die Entstehung der Götter, der Welt und das Wesen der Menschen. Mythen erheben einen Anspruch auf Wahrheit. Die Gesamtheit aller Mythen einer Kultur wird Mythologie genannt. Die Entwicklung der ersten philosophischen Entwürfe im 6. Jahrhundert vor Christi wird häufig als Entwicklung vom Mythos zum Logos, also von der mythischen Erzählung zur vernünftigen Erklärung, beschrieben. Die griechische Philosophie kritisierte den Wahrheitsanspruch der Mythen. Diese standen im Gegensatz zum Logos, der durch Beweise versucht, seine Behauptungen zu begründen. Die Geschichte ist im Ausdruck. Die Geschichte ist im Ausdruck. Die Geschichte ist im Ausdruck. Vielen Dank.